Guten Morgen liebe Modellbahnfreunde hier von der Messe in Dortmund. Heute ist bereits der dritte Tag, Messetag, aber wir melden uns eigentlich deswegen lieber Jürgen. Ich möchte dir in unserem Namen und auch im Namen der vielen Zuschauer und natürlich ESO-Fans ganz herzlich gratulieren zum Goldenen Gleis. Du musst uns wahrscheinlich gleich sagen, um welche Lokomotive es geht. Ich hatte recht, ich habe gewettet. Ja, es ist tatsächlich richtig, lieber Frank. Du hast es ja schon in unserem Vorstellungsvideo gesagt. Ja. Es geht tatsächlich um die AE66 der SBB. Diese wunderschöne Elektro-Lok hat tatsächlich in der Kategorie ausländische E-Loks in H0 mit großem Abstand, wie es hieß, den ersten Platz belegt. Ich möchte mich auch im Namen von ESO und dem ganzen Team, die da dahinter stehen, so eine Lok zu machen, ist ja nicht einfach und auch nicht meine Sache, sondern ein großes Team war daran beteiligt. In diesem Namen möchte ich mich ganz herzlich bei allen Leserinnen, die für uns gevotet haben, bedanken. Ich hätte nicht damit gerechnet und das ist für uns natürlich auch eine Bestärkung, da weiterzumachen und errichten. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich habe dich, wie gesagt, auch sehr darüber gefreut, weil ich mich daran erinnert habe, weil wir ja vorerst ja im Herbst dieses Video gemacht haben. Hilf, ich habe eine Lok geschrumpft. Hat uns allen viel Spaß gemacht. Damals konnten wir gar nicht ahnen, was wir da auslösen, aber diese Lok, liebe Freunde, ist wirklich der Hammer. Kommen Sie also noch mal nach Hoppmund oder wenn Sie es vorhaben, gehen Sie unbedingt am Stand vorbei, gucken Sie sich diese wunderschöne Maschine an und vielleicht fährt sie auch bald auf Ihren Gleisen. So, da ist die Lok noch mal in Großaufnahme und ich sage jetzt gleich noch was dazu zum Ablauf des heutigen Tages, liebe Freunde. Der vierte Messetag, nee, dritte Messetag ist es heute. Der dritte Messetag ist wieder vollgespickt mit vielen, vielen interessanten Firmen. Wir fangen in wenigen Minuten mit Lilliput an. Dann ist Auhagen heute dabei, PMT ist dabei, McLean ist dabei. Habe ich noch was vergessen hinter der Kamera? Nein, ich glaube, ich war richtig. Also freuen Sie sich auf den heutigen Tag und auch die vielen Videos. Vielen Dank, lieber Jürgen, dass du hier kurz Zeit genommen hast, mit uns noch mal hier dieses Goldene Gleis. Ich finde diese Medaille super. Ganz große Klasse. Also wie gesagt Glückwunsch, Jürgen, und die nächste Lok ist wieder ein Goldene Gleis. Schauen wir mal. , also zuerst, wenn du hey bist, über die caur aus dem Film gehörst du. Also gehören, bis zum Film gehörst du auf. Dann schauen wir mal an, was die Zoll chamfamilie sind. ? Dann schauen wir an, was du hier municip tun, was du. Untertitelung des ZDF, 2020